Roulette Kesselgucken Sensation elektronischer Kesselgucker Selmkkenzi Seltsamkkenzi Roulette System Arutordi Seltsamkkenzi Werte Gumbler, eine Sensation, unser neuer elektronischer Kesselgucker Alles neueste entwickelte Technik im Handyformat Und telefonieren kann man mit diesem Handy Kesselgucker auch Schauen Sie sich das Video genau an, ich habe vor dem Bildschirm mich in ein Internet-Casino eingeloggt, das Gerät vor den Kessel gehalten und es hat gleich beim ersten Versuch nur ausschließlich nur Treffer ergeben Das Gerät sagt immer einen Sekter von 5 Zahlen an, die belegt werden müssen Und es sind immer 100% Treffer Natürlich ist dieser neue Kesselgucker auch für das reale Casino bestens geeignet, aber da wird man ihn nicht einsetzen dürfen Schauen Sie sich das Live-Video an, 3 technische Versuche und gleich 3 Treffer Roulette ist besiegt Dieser elektronische Kesselgucker sagt zu 100% im Voraus voraus, wohin die Kugel fällt, dank seiner komplizierten Berechnungen, die in Sekundenbruchteilen vorgenommen werden Die Technik in dem Handy Kesselgucker, 6 3D Mini Chemeras, die die Berechnungen aus verschiedenen Perspektiven vornehmen, deshalb klappt das auch zu 100%, entweder im Internet-Casino vor dem Bildschirm oder im Live-Casino Und was wird das Ding, zu benutzen auch als ganz normales Handy, kosten? Ich denke so um die 1000 Euro, noch limitierte Auflage, da ich in China nur habe 300 Stück fertigen lassen können Interessenten Anfragen unter, silzemkkenzi, at, googlemail, punkt, com So und nun schauen Sie sich das Live-Vorführungsvideo an, 100% Trefferquote 13 bis 8 soll gesetzt werden Die Kugel dreht und dreht und es fällt die 11, hurra Der Kesselgucker sagt 1 bis 9 Sätzen im Kessel Und jetzt dreht die Kugel, fängt an zu fallen und was fällt, hurra die 31 Diesen Zahl wurde gesetzt 19-odd Red 20-odd Red